Heyo, ich wollte nur mal sagen, dass diese Woche nicht der Stream stattfindet, da ich beschäftigt bin bzw. viel zu tun habe, vor allem was jetzt Schule angeht und das ist sehr kacke, ich weiß, hier komme ich gerade irgendwie nicht vorbei. Ich will den, au, oh mein Gott, was macht der denn für ein Kack-Kid? Junge, ist ja gründvoll. Ach komm, ich bring mich um. Hui. Oh, willst du mich? Jetzt ist Fallschaden hier ausgestellt. Okay, haben wir ihn doch gekriegt, ist nicht mein Problem, ne? Gut, das war dann auch schon alles, was ich euch mitteilen wollte, weil ich habe jetzt in der Woche wirklich sehr viel zu tun. Ich habe das jetzt auch noch ganz kurz aufgenommen, um das euch mitzuteilen, extra für euch. Und ich fackel mir gerade ein ab und sage... Psst.